Also, ich stelle mich erst mal vor, mein Name ist Erwin Lindemann, äh, Heinz Jesus Schröder. Ich bin ein Mitinhaber von A&S Wasserbetten und Schlafsysteme. Uns gibt es seit 30 Jahren. Und was macht uns aus? Es ist vor allen Dingen die, glaube ich, Top-Beratung. Da kann man auch daran erkennen, dass wir bei 30 Jahren eine hohe Zufriedenheit erzeugt haben müssen, weil sonst gäbe es uns nicht mehr. Und das wird dann nochmal ergänzt durch eine Top-Auswahl und was wir als sehr, sehr wichtig empfinden, ein Top-Service vor Ort. Wenn Sie uns anrufen, Probleme haben, sind wir normalerweise am selben Tag da und erledigen das, weswegen Sie uns angerufen haben. Also, früher hatten wir mehr Lametta, aber Lametta hin oder her. Wir von A&S Wasserbetten und Schlafsysteme wünschen super schöne Weihnachten. Und wenn da einer noch das eine oder andere Geschenk sucht, wir haben es. Kuschelige Decke, Bettwäsche oder ein wunderschönes neues Bett. Kuschelige Decke, Bettwäsche, 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 Bettwäsche Vielen Dank.